Hallo liebe Freunde, heute mache ich mit euch mal eine klassische Sache, eine Basis in der Küche. Wir machen eine Farce. In dem Fall ist Farce kein kleines, simples Theaterspiel, sondern es ist eine Sache, womit man Fleisch füllen kann, man kann Toppings machen oder einfach als Bindemittel verwenden, zum Beispiel für ein Wellington, ganz klassisch. Wir nehmen in dem Fall heute Putenfleisch oder Hähnchenfleisch ist auch okay. Putenfleisch, Hähnchenfleisch, das hat einfach den höchsten Eiweißgehalt und deshalb bindet es auch am besten. Es geht natürlich auch Kalbfleisch, Lammfleisch, alles möglich. Auch Fischfarce gibt es natürlich, Lachsfarce ist ein Klassiker oder Zanderfarce. Nur Zander hat ein bisschen weniger Eiweiß, da macht man dann schon ein bisschen Hühnereiweiß mit dabei. Aber das ist ein anderes Thema. Wir konzentrieren uns heute mal auf die Putenfleisch. Ganz wichtig, dass wir zuerst das Fleisch von allen Sehnen und Häuten befreien. So seht ihr, hier ist auch noch eine Sehne, die gehen immer so durch und dann hangeln wir einfach uns hier ein bisschen entlang. Schneiden die dann raus. Und in dem Fall haben wir das Filet von der Pute, da geht eine Sehne komplett hier durch das ganze Filet. Das kennt ihr bestimmt auch von Entenfilets, da ist in der Mitte immer so eine Sehne dabei. Hier ist es ganz sinnvoll, im Vorfeld das schön sauber zu machen, damit später der Mixer das auch schafft und dass nicht die hässlichen Sehnen drin bleiben. In der gehobenen Gastronomie wird das alles nochmal fein durch den Sieb gestrichen, aber das können wir uns ja, wenn wir gut arbeiten, für zu Hause sparen. So, hier ist noch eine Kleinigkeit. Also wirklich genau arbeiten ist hier schon von Vorteil, da habt ihr später einfach ein besseres Ergebnis. So, und jetzt schneiden wir das in kleine Stücke. Faas kann man auch übersetzen mit Brät, zum Beispiel Fleischkäse wird immer mit Fleischbrät gemacht. Mit Schweinefleisch, wie gesagt, hier nehmen wir einfach Pute. So, jetzt habe ich die auf das Blech gelegt und jetzt friere ich die ein. Wir frieren die kurz an, damit wir werden das ja in der Moulinette mixen und da entsteht Reibung und Wärme. Und Wärme ist Gift für die Faas, ja, die muss immer schön kühl bleiben, dann bindet sich das auch mit der Sahne, die nachher dazu kommt. Okay, bis gleich. So, willkommen zurück. Ihr seht, das Fleisch ist jetzt schön angefroren und jetzt machen wir das in die Moulinette rein. Nicht wundern, ich habe eben schon mal eins ausprobiert, weil normalerweise arbeiten wir ja nicht mit der Moulinette mit Haushaltsgeräten. Hat mir der Marc ausgeliehen von zu Hause. So, Putenstücke rein, dann ein bisschen Salz. So, bisschen Pfeffer, also nicht zu viel, das kann man später natürlich alles schön nachwürzen, ist ja eine Faas. Und dann kommt eins zu eins Sahne hinzu. Der Metzger nimmt Wasser oder Eis und wir nehmen Sahne. So, jetzt wird es kurz laut, nicht erschrecken. Na, fertig. Wie ihr seht, haben wir hier eine super feine Putenfaas. Die holen wir jetzt hier raus. In eine Schüssel. Also ganz simpel gesagt, jetzt für mich so wieder als Kameramann-Rückfrage. Ich habe das Putenfleisch, Sahne und schön fein pürieren. Genau, Salz, Pfeffer haben wir noch, als Grundwürze. So, dann habe ich schon mal eine Grundbasis. Genau. Jetzt ist die Frage, was kann man denn hiermit machen? Also, man nimmt es zur Fleischfüllung, natürlich nicht so. Man kann zum Beispiel hier Nüsse reinmachen oder man kann ein Pesto reinmachen oder andere Kräuter, Bärlauch. Man kann Trüffelöl reinmachen. Man kann eigentlich alles reinmachen, was relativ trocken ist. Also, man kann auch Gemüsebrünois reinmachen, wenn die abgekocht sind oder Tomatenfilets und so. Wichtig ist nur, dass die Konsistenz erhalten bleibt und ganz wichtig beim Handling, das muss immer schön kalt verarbeitet sein. So, wir haben gesprochen, man kann damit Fleisch füllen, man kann auch was anderes binden. Fass müsst ihr euch so vorstellen, was für den Maurer der Mörtel ist, ist für die Köche die Fass, ja, als Bindemittel. Oder Suppeneinlage und das zeige ich euch jetzt damit. Wir nehmen einfach hier ein bisschen Bärlauchpesto. Mischen das hier rein. Mh, wie der Bärlauch schon riecht, Wahnsinn. So, und dann habe ich hier ein bisschen Fond aufgestellt und Hühnersuppe, einfach, dass ihr seht, wie man schnell so eine Suppeneinlage zaubert. So, machen wir den Löffel ein bisschen heiß. Hier habe ich die Fass und dann steche ich mir so schöne Klößchen ab. Die dürfen aber nicht mehr kochen. Einfach rein. Füllen wir noch ein bisschen Fond dabei. So, und dann lassen wir die schön ziehen. So, und dann lassen wir die schön ziehen. Wichtig ist, dass der Löffel immer schön heiß ist. So habt ihr außen schöne glatte Klößchen, ja. Oh, ich zeig das nochmal langsam. Nochmal langsam? Ja, wenn die diesen Close machen, das sieht total schön aus. So, seht ihr, glatte Oberfläche. Einfach reinfallen lassen und jetzt einfach ziehen lassen. Wie lange brauchen die jetzt da so, theoretisch? Ja, circa, circa fünf Minuten. Okay. Wenn sie fertig sind, zeige ich euch, wie man das jetzt schön in eine Suppe anrichtet. So, unsere Klößen sind jetzt fertig. Das seht ihr auch da dran, dass die jetzt oben schwimmen und nicht mehr ganz unten sind. Ja, seht ihr, sehen auch schon schön gegart aus von außen. Hier im anderen Topf habe ich mir eine schöne Hühnersuppe warm gemacht. Und die richte ich jetzt an. Ich nehme einfach die Klößchen hier raus. Das ist noch ganz fluffig, seht ihr? Schön weich, ja. So muss das sein. Das liegt daran, dass wir wirklich ein Teil Sahne dazu nehmen. Und jetzt füllen wir die Hühnersuppe da drauf. Und so habt ihr mal eine Abwechslung zu euren normalen Suppeneinlagen. Ich wünsche euch guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Und dann haben wir die Hühner. Vielen Dank.